so schmerzen auf geht's nicht so runter jetzt muss man sieg her wir brauchen eine soße jawohl schade mit beim kippen fast umgekippt was bist du? alter Leon ich weiß nicht, dass er nicht so gerne gehört hat aber hinter mir das wett, das fängt nicht schon aus boah, spreche ich mal vorbei mitte, alter Leon ich wollte nur nach vorne, damit du deinen eigenen Ball treffen kannst das war meiner das war meiner ich hab dir da Anschwung gegeben, damit du den rein machen kannst das war meiner Alter, was macht ihr da? Alter, wo berührt sie noch, der Drecksplatz? das war meiner das war mein Tori wer hat dem Leon den Popo rassen? du bist ja auch der macht mit dem Schlafalter guck mal rein boah, scheiße na, hey Manni wer auch immer hat mich angesprochen äh, angesprochen wir hatten doch immer geschlafen ich hätt ihn gehabt, aber irgendwie hat mir in den Arsch getreten du hätt sie gehabt du hätt sie gehabt du bist mit deiner Karin auch nicht aus dem Arsch gekommen du hätt sie gehabt weshalb hab ich dich angestürzt? alter Leon, das war passiv aber den hab ich, den hab ich, den hab ich, den hab ich seh ich ja und? hätt ich ihn getroffen wäre er dran gewesen hätte hätte, Handtoilette Fahrradkette okay, Licht an der Kette Peniskette also, wir sind voll die Gangster Gangster-Bettler, alter du hast ja, wir hatten es so den, ey Leon, was machst du? ich steh doch da alter Leon ja, ich wollte dir eine von mir du spielst ja nicht alleine du bist sowieso nicht alleine doch, ich bin mein ganzes Leben lang du hast immer ein Beifahrer du hast immer ein Beifahrer hey, wer war denn da oben? das Seppel, das Seppel war da oben alter 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 hat er den Seppel geklatscht, Junge nein, nein nein oh Sepp, Junge, du bist alter was für eine Parade alter Leon, das Tor, das ist geradeaus, nicht? Südösten Nordwesten Nord Süden, alter Basti Bäm alter gestorben und trotzdem noch das Tor geschossen, alter alter, guck dir, guck dir einfach nur mal meinen Trick an, alter hier noch kein Gefall Hahahaha 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 Leon, weggedroschen, Alter hahahaha Upa, der hat den Lauf, der hat schon 80 Punkte Leon, aus dem Stand nach vorne oder was? Das schafft ja sogar mein Sohnemann mehr. Mal fast 80 Punkte. Ja und, mir doch egal, ein hoch auf deinen Sohnemann. Gut, am Anfang ist er auch bloß rumgefahren, da wusste ich überhaupt nicht was los ist. Ich bin für die Wehklinge. Was ist das rein, Lucresson? Ja. Leon. Bei mir würde ich sagen, Männer. Was? Ja, guck mal, ein Auto wollte maßen ins Auto rammeln. Alle in der Ecke. Ja, die Träte bisschen bräuch ich beim Tor. Ja, hab geboost. Corona, Corona. Nein, ich treffe falsch. Kacke. Scheiße. Oh, Toiler. Oh, warum mach ich denn immer so ne seitlichen Drehungen, Alter? Oh, Sepp, hab dich nie gesehen. Mach ich trotzdem. No! Ne! Alter! Ich ne, ich leg vor, Sepp, Alter, oder Sepp, will zurück, Alter, schöner Doppelpass. Wie der da einfach von dem Pfosten wieder zurückkommt. Ich hole mir den. Oh, schade. Los, noch mal Mitte. Basti, also. Oh. Was ist denn los? Uff, du hättest'n was reingemacht. In der Ecke. Achtung, ich komme. Scheiße. Der hat noch mal hochgekommen. Oh. Der hat noch mal hochgekommen. Oh. Oh. Oh, Latte. Alter. Die Ball weg da. Oh, Sepp. Dasselbe in der Latte. Latte Macchiato. Au. Ich hab grad Ball gehabt jetzt. Das ist der Dank. Komm, 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 komm. Los, die Zeit ist doch schon längst um. Ja, aber der muss erst auf den Boden titschen. Ja. Oh mein Gott, jetzt sehen wir uns. Wer hat die perfekte Vorlage geschickt? Pff. Oh, jetzt schreibt der mit doch rum, Alter, ey. Der hat jetzt wieder so einen Penis da bei sich daheim. Ja. Der Säbel ist, Alter, der ist größer als mein Bein. Der Säbel, Junge. Guck dir das an, Ausnahmetalent. Ja, wenigstens eh noch. Guck mal hier, Vorsitter. Manu ist abgeschrieben. Oh je, oh je, oh je.